herzlichen willkommen auf real stevie schön dass ihr eingeschaltet habt freunde heute ist es soweit heute ist die letzte folge real stevie self war angeschlagen und freunde ich bin etwas wehmütig ich bin ein bisschen traurig dass es zu ende ist aber bin auch ein bisschen froh dass es vorbei ist denn das war ein bisschen nervlich mit mir hier oben also hat mir ein bisschen kraft gekostet aber sei es drum ich habe es euch eure wegen gemacht dass ihr mich besser kennen lernt dass ihr seht was aus mir jetzt geworden ist und was ich erreicht habe in den ganzen höhen und tiefen wo ich mein vater verloren habe wo ich ins heim gekommen bin die ganzen schulen und so als so dafür danke ich danke ich danke ich danke ich euch viele mal für das für die aufmerksamkeit die aufmerksamkeit war wahnsinn auf den klick auf den videos und ich hoffe dass es auch zukünftiger sein wird denn das hat sowas von abgeräumt freunde ihr könnt auch meine real stevie self war auch in der playlist von mir finden nämlich da ist alles von der ersten staffel bis in die neunte staffel bis zu diesem video alles gestaffelt und ich habe auch noch für euch eine kleine überraschung es kommt jetzt noch später eine kleine dia show so ein paar bildern aber die gehen nicht lange und dabei ist epische musik hinterlegt und es haben zwei leute mir was geschickt zu denen ich noch oder zu denen ich super kontakt habe und auch der kontakt bleiben wert und er hat uns aus wieder aus zeitlichen gründen wieder nicht schaffen ich gebe dir von da aus einen sonnigen gruß von mannheim aus aber er wird auch irgendwann teil eines videos bei mir sein das haben wir und vereinbart in einem video video sag ich telefon anruf zwei leute haben hier was geschenkt eine person hat mir was geschrieben und eine person hat mir eine video botschaft gemacht mit seinem und das war es dann hier von real stevieh selbst war ihr könnt euch die videos gerne noch angucken ihr könnt auch gerne danach noch mal kommentieren so also es war nicht gleich die videos zu machen aber es war auch nicht so wer also bis dahin ja ja hallo meine lieben freunde und vor allem auch hallo stevie ich wünsche dir auf jeden fall alles alles gute für die zukunft und vor allem freue ich mich wirklich riesig auf die letzte folge von real stevie self war und ja schöne grüße noch mal aus dem guten hamburg und vor allem auch viel glück gesundheit und auch vor allem wirklich noch viel viel erfolg ich drücke auf jeden fall die daumen der film der war auch wirklich der absolute hammer ich freue mich da auch mega drauf und ja was soll ich noch weiter sagen viel glück für die zukunft und und Musik Musik Musik